einen wunderschönen willkommen zum heutigen abend willkommen wieder zu einer weiteren runde von crowns and pawns oder crowns and pawns kingdom of the seat nachdem wir gestern damit angefangen haben machen wir hier weiter weil es ist gerade so spannend so und ich gebe zu ich habe jetzt einmal geguckt ein video wegen diesem rätsel ich glaube wie lang komplett falsch aber die person hatte hier oben eine kamera keine ahnung das heißt wir werden alles jetzt gründlich absuchen weil ich sonst nicht weiß was wir tun so vielleicht ist ja nur zum umziehen keine ahnung namen carissimo namen alle anderen wir ziehen das mal um die frisur bleibt die frisur finde ich toll ja okay so auf großbildschirm gucken ist klar ja wie gesagt das wäre jetzt eine interessante geschichte wo kriegt denn eine kamera her bei kong joris hat bestimmt eine hey hey what's up namen kata what do you think i should do now did you figure out which churches hide the keys still working on it müssen wir wahrscheinlich doch das müssen wir doch das raus für nur gut dann ist das halt so ja wo waren hier der ausgang hier das war nicht ausgang so was haben wir denn wir haben opa's haus wir haben die universität haben wir vielleicht doch etwas in opa's haus übersehen vielleicht ein plumpsklo aber da wir sehen ja nicht auch guck mal ein kleiner piepen hat es wie geht's geht little birdie ja 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 genau hier haben wir nichts weiter ich werde mal hier den hotspot hier weiter verwenden das klingt gut ey das ist ja heute ein tag der guten infos das ist ja schön regale schubler da waren wir ja überall schon dran die haben wir noch nicht aufgekriegt die kiste wie kriegen wir das auf ach so ach ne ne ah mist hätte ja klappen können äh hoffen schrott glas scherben hier ist der lichtschalter ok was ist mit der schaufel ach so zum aufbrechen argument mal gucken das klingt sehr gut kata ich drück euch die daumen also irgendwas muss es ja hier zu tun ok hier haben wir alles raus die fußspuren ich weiß nicht was wir hier mit noch machen könnten ich hab keine ahnung ja manchmal ist brutal denken gar nicht mal so schlecht vielleicht fehlt mir die statu bibliothek kartenleser archiv da komm ich bestimmt nicht durch ne ich hab jetzt doppelklick gemacht ist abgeschlossen geht es hier hinten noch weiter ne vielleicht die tauben ok das wäre ein argument aber wir haben ja dort schon das ding raus geholt ne dürfen wir ja auch nicht vergessen ist da überhaupt noch was warte mal hey da ist ein krach in dem flot muss sich vorsichtig nicht nichts in da ich glaube da wir waren ja schon dran ich glaube da haben wir ja die ähm ähm den bolzen raus geholt ne mit dem bolzen hatten wir die schere damit haben wir das aufgemacht das interessante ist dass wir die gegenständigkeit auch weitestgehend behalten haben wir denn die schaufel schon doch haben wir ne wir haben ja hier den garten umgegraben ja genau also haben wir das auch schon gemacht das ist jetzt aber puuuuuh oh hier ist ja ein spiegel haben wir den übersehen die mirror is facing the librarian seat um please don't touch my things uh sure yeah sorry hi hi ja can I get a book would you like to be more specific I'd like to see the Necronomicon you mean the one that's in the deepest furthest corner of the library yes I'll be back okay ich bin gespannt ich fass mal den spiegel nochmal an hier dabei ist die so nett so jetzt können wir doch bestimmt ne okay okay there you go thanks okay this computer looks old I can't do that she's sitting right there oh warte mal warte mal nein 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 ne 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 du sollst das ähm achso wir müssen ein Buch tauschen hm praktisch halt praktisch hm so ich überspringe das jetzt mal den Dialog hier mal ein bisschen na ja sie guckt in den Spiegel ich habe warte mal warte mal warte mal ja 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 interessanterweise hier nein habe ich nicht ich habe keine Kamera gefunden genau mit dem Passwort sie tippt nämlich ein Passwort ein ich denke mal das ist es ich muss einmal vorher stehen bleiben bevor sie kommt und ich habe keine Kamera gefunden ich weiß nicht wo irgendwo habe ich über was übersehen ich weiß es nicht so äh nochmal und jetzt tauschen wir wieder gegen das Necronomicon ja 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 ach ich tippe ja ich frick ja 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 ich bin eoe ich bin ee okay ich kann eeeee Ich kann es mir selbst sehen. Ich kann es mir selbst sehen. Ich kann es mir selbst sehen. Exhibits of old books. Um, bitte nicht meine Sachen. Uh, sicher, ja, sorry. Exhibits of old books. Das kann ich nicht, habe ich es schon mal angeguckt überhaupt? Librarian Staff ID. Ah. Oh. Also doch, Lieutenant. Ich kann es mir selbst sehen. Die Frage ist trotzdem immer noch. Kriege ich das hier zusammen mit den Gotteshäusern? Heidnische Tempelstätten, Teil von Sintarges, Kathedralenplatz, Sapiga Palastgebiet, Eingang zum Antarkalnes Distrikt. Passwort Fortuna. Ich glaube, wir müssen wirklich den Dings hier sehen. Aber ich habe ja, wie gesagt, einmal geschmult und habe eben halt gesehen, dass da eine Kamera drin ist. Und ich weiß nicht, wo die Kamera herkommt. Da geht's raus. Da geht's raus. Decke Sofa. Ich gucke mir jetzt hier alles an. All of my personal things I managed to cram in for traveling. Aber er hat keine Dialogoption. Hey. Hey. What's up? What do you think I should do now? Did you figure out which churches hide the keys? Wir müssen immer noch das mit den Schlüsseln rauskriegen. I'll talk to you later. Sure. Die drei Schlüssel sind in den folgenden Gotteshäusern versteckt. Was ist, wenn das mit den heidnischen Tempelstätten, Kathedralenplatz? I don't think so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Was hatten wir gesagt? Wann war das? 17, äh, 100... 38? 39? 39? Es ist eine Karte, die ich aus der Flagge entfernt habe. Ich glaube nicht. Ich habe diese Promo-Flyer in der Bagel Shop. Oh. Das ist eine interessante Lektüre. Das ist eine schöne Lektüre. Ah. Eine ähnliche Temptation. Grandpas Hauskies. Na, Siriona, na, André. Aber ich komme echt nicht drauf, wie wir A, entweder das Puzzle hier lösen. Ich weiß es nicht. Was war denn da jetzt nochmal der Hintergrund eigentlich? Wir haben den kompletten Dialog mit dem... Können wir den anrufen? Wir können nur den FGWL anrufen. Und die werden bestimmt nicht mit uns mehr sprechen, oder? Ja? Genocide and Resistance Research Center. How may I help you? Hi. I was hoping you could help me answer some questions regarding the KGB? Well, I can certainly try. What would you like to know? Hmm... I'm looking for information about the crown of Vitotis the Great. I'm sorry, but our organization is focused on more recent history. Specifically the time of the Soviet occupation from 1940 to 1990. Is there anything else I might help you with? Okay, um... I'm looking for information about Project Kosche. As I mentioned, most documents concerning the project were moved to Moscow in 1989. But if something relevant comes up, we will let you know. Is there anything else I might help you with? Die doppel... die macht doch gar nichts. I think that's it. Thank you for the information. Have a nice day, Miss. Die Mutter, die Mutter hat uns doch hochkant rausgeschmissen. Die Mutter hat uns doch hochkant rausgeschmissen. Tja, siehste? Tja... Es will keiner mit uns reden. Ah... Was machen wir denn... Wollen wir denn... Also da sind wir ja gestern schon hängen geblieben an der Stelle. Und mir fehlt da ehrlich gesagt gerade so ein kleiner, was ist da so, aber so ein kleiner. Fällt doch so ad hoc nicht ein. Wie gesagt, auch dieses Rätsel hier. Ich glaube, wir müssen das hier erst mal erledigen. Die Drohne kann ich nicht, klar. Hätte ich schon probiert. Es ist bloß ein Bücherregal. Wow, es gibt viele Bücher in Alphabets, die ich noch nicht gesehen habe. So, Joris. Joris, interessantlich gesehen haben wir uns, als er in Chicago besitzt war. Ich glaube, wir müssen das hier lösen. Und dazu müssen wir wieder das komische Buch lesen. Oh. Ich habe auch gelesen, dass es bei dem Spiel mehrere Wege geben soll. Wir hatten am Anfang, wenn ihr euch erinnert, hatten wir am Anfang die Möglichkeit, na sag schon, was auszuwählen. So, komm mal her. Wir brauchen, was brauchen wir noch mal? Das Buch hier. Hm? Ja? Kann ich ein Buch bekommen? Würdest du dir mehr spezifisch sein? So, wir gucken uns das doch mal vom Glaubitz an, ne? Können wir das Buch über Glaubitz wieder sehen? Einen Moment. Einen Moment. Da geht's. Danke. Das sollte all der Arbeit der Architekten haben. Ich habe bereits, was ich von dem brauchte. Na toll, danke schön. Super. Ich wollte eigentlich da weitergehende Infos. Hi. Oh, das tut mir leid, Holo. Mein herzliches Beileid. Wenn was ist, sag Bescheid. Was die Katha sagt. Wie gesagt, ich kann ungemein nachvollziehen, zumindest in weiten Teilen, wie du dich fühlst. Weil ich es ja selber durch habe, vor drei Jahren. Deswegen, nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Wenn was ist, dann schreib's mich an. Ähm, ein Tipp nehme ich, Luthanna. Kann ich ein Buch bekommen? Würdest du lieber mehr spezifisch sein? Kann ich sehen, die Buch über Pagan Temples again? Sure, sure. Just give me a second. Please return the other book first. Ja, of course. Here you go. Mm-hmm. One sec. Okay. Okay, ich guck gleich nochmal. Ich guck hier nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Ja. Ich will nur die Locationen für die Pagan Tempeln. Das wäre vielleicht hilfreich. Ich will nur nur... Okay, ich dachte, das ist eine neue Information. Gut, dann machen wir mal das, was die Tammel geschrieben hat. Ja? Kann ich ein Buch bekommen? Würdest du lieber mehr spezifisch sein? Könnte ich das Buch über den KGB wieder sehen? Bitte return the other book first. Ja, of course. Here you go. Give me a moment. I'll be right back. There you go. Thanks. Thanks. It seems Project Kostje was looking for artifacts with powers of telepathy or extra-sensory perception. Grrcl series. I should ask the librarian about it. Okay. Ich denke auch die Tanda. Hi. Hm? Yeah? Can I get a book? Would you like to be more specific? I changed my mind. I don't need a book. Then what do you need? Comics? Never mind. The problem is that what you wrote down with the info that I have, that there are several ways. We pass on to you and you too. Like you said, what is that? Sag Bescheid. Why would I give that? Not to jump to conclusions, but I bet she's PMSing. I don't see any reason to give that. I don't think so. Vielleicht gebe ich einfach mal den Ausweis hier. How can I check which books were taken from the library? You can use the computer over there. Just log in with your ID. I have my grandfather's ID, but I don't know the password. You know it's not allowed to use someone else's ID. But it's my grandfather's. Whoever's it is, it's not yours. So no. But can you check it? Of course I can, but only for the owner of the ID. Huh. I need to find a way to get access to grandpas book history. Maybe if I talk to her about what's bothering her, I could get on her good side. Hatten wir, jetzt muss ich mal Revue passieren lassen. Hatten wir am Anfang die Wahl, was wir sind? Oder war es zufällig? Der Charakter, den wir erstellt haben. Der Charakter, den wir erstellt haben. Ach, jetzt verstehe ich das. Entweder durch die Charaktererstellung in unserer Hütte. Ganz am Anfang des Spiels, wo wir den Computerspielecharakter erstellt haben. Wo sie sich eingeloggt hat. Der hat anscheinend festgelegt, welchen Weg wir spielen. Und deswegen gibt es einen Weg mit dem USB-Stick und den Weg mit der Kamera. Und wir haben den Psychologie-Weg. Also sprich Fotografin. Hacker wahrscheinlich oder sowas, ne? Und Psychologie. Okay. Even I wouldn't take pills from a stranger. Okay. Not to jump to conclusions, but I bet she's PMSing. Hab ich gewählt, ja? Okay, dann ist das der Grund. Aber They say the best cure for a headache is a guillotine. But these painkillers aren't bad either. Das, äh, ja, das sind die Pillen. Schön. Funktioniert nicht. Hahaha. Achso. Hi. Hm? Ja? Ich hab dich aufgepasst. Kramps. Am I right? Excuse me? Wissen Sie, bei Ihnen da unten ist es schlimm? You know, I get really bad cramps as well. Good for you. We got that in common, right? Painful cramps? Yeah. I'm sorry, what's your point? Well, I just want to say that I understand how you feel. Then you should understand that right now, I feel you should leave. Yeah. I can sense that. Uh-huh. You know, you're, you're, down there. It's like, bad. My down there? That's your opening line? It's just, you know, a bit awkward. Oh, it is a lot awkward. Yeah, sorry. I'll just, um, reconsider my phrasing. Uh-huh. You're grumpy, because you're a PMO-Sing, right? First of all, it's none of your business. Second, I'm not grumpy at all. Why would you say that? Uh, verschweigen, verleugnen und unhöflichkeit. Um. I work as a psychologist's assistant, so, uh, I tend to notice things. Assistant? Not even a psychologist? Well, not yet. And how much do I owe you for this observation? Oh, uh, nothing. I, I was just... Oh, nothing. That's a very reasonable price. Thank you. That'll be all. Uh, okay. Uh-huh. Come here, come here, come here, come here. Come here, come here, come here. Come here, come here, come here, come here. You're grumpy, because you're a PMO-Sing, right? You keep saying that. Um. Uh, hushing, denial, rudeness. Are you keeping a tab on me? Hey, if you want a book recommendation, I'd suggest Social Interactions 101. But if you're not here to ask about books, I'd recommend you mind your own business. Touché. Uh-huh. Okay, irgendwie komme ich nicht zu ihr durch. You're grumpy, because you're a PMO-Sing, right? You keep saying that. Maybe you should go home and get some rest. Lovely idea, and yet I'm stuck here, being scrutinized by a minstrel-cycle-expert. Hey, I'm just giving suggestions. Oh, in that case, perhaps you'd like to go home? Why? Oh, I don't know. I'm just giving suggestions. I feel like this conversation's not going very well. Uh-huh. You know, I get really bad cramps as well. You mentioned. Yeah. There are worse things, though. Like what? Menses and migraine combo. Can't argue with that. Want to know how I deal with mine? Sure. How do you deal with yours? Hardcore painkillers. They are my lifesavers during rough patches. Uh, yeah. I'll need to go get some at the pharmacy. I've got some on me. Painkillers? Yeah. It's like 800 milligrams of Ibuprofen in one pill, so they're really potent. Okay, I'm sold. Anything to stop this grinding pain? Okay, gut. Wir sind durch den Dialog geschlittert. Sehr gut. Here. Take one every six hours if needed. You'll feel better in no time. You know what? That was one of the weirder conversations I've had with a stranger. You're a total wacko. I like that. What was that thing you wanted to know about your grandfather? Oh. Oh, no. It's okay. You said it was against the rules. Oh, yeah. Still can't help you there. You know, I shouldn't suggest this, but perhaps you could guess his password. You didn't hear it from me, though. Any suggestions, what it could be? Well, you could try something like his favorite pet name and add one, two, three at the end or something. Oh, well, it can't hurt to try. Thanks. Okay. Ein Passwort, ein Haustiername mit eins, zwei, drei. Oh, God, was war ein Haustiername vom, vom... Hat er überhaupt ein Haustier gehabt? Oh, nein. Ich glaube, er... Librarian Staff ID. It says, Eva Bardete Senior Librarian Access Level 3. Okay. Let's see. I need to enter an account name. Ah, ich muss kombinieren, warte. Now I can log in to the system. Ja, ich muss, ich muss, ähm... Okay, let's see. I need to enter an account name. Das mit diesem, diesem Verknüpfen finde ich ganz interessant, äh, dass, äh, die Lösung nicht gleich vorneweg vorgeschlagen wird, ne? Now the password. Alright, I'm in. Now, let's see if Grandpa had any interesting books taken. Oh, there's one that's not returned yet. Okay. Don Quixote. Okay. That's odd. It's just an old novel. Don Quixote. Der gegen Windmühlen kämpfte. Oder den KGB.